hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von krustenserver ja ich hab mich so bescheuert an wenn du sagst zu einer weiteren folge krustenserver was? ich hab mich so bescheuert an wenn du sagst zu einer weiteren folge krustenserver vom krustenserver hab ich gesagt du sagst krustenserver nur das war's egal so in der letzten folge habe ich hier das was eingesetzt und hör auf das ist schon so ein akt hier hoch zu kommen vor 3 3 guck mal was wir machen können ja schön und jetzt also er hat's komplett erstmal aus erde gebaut ich möchte das nicht komplett aus erde bauen so wie er möchte ich das haben ich möchte auf jeden fall so ein bisschen unebene haben so damit es erstmal scheiße aussieht mache ich den shader aus denn im wasser ne ihr baut die schmitzer ab ach die kann das jetzt mal wieder füllen die hat nur effizienz 1 und die baut übertrieben schnell so machen wir mal hier einen hin hallo kannst du mal stimmeln dann machen wir mal hier so die weg hast hier drinnen auch erde so hingeballert überall ja warum damit ich das ausfüllen kann damit das ausgefüllt ist wir lassen das offen so dass das in unser keller hier wird ja das können wir dann selber nochmal einrichten ja ich noch nicht oh Gott das denkt man ok das sieht man ähm ja es ist ein bisschen schwierig hier überhaupt was zu bauen weil diese strahlen sind doch nicht so gut gesetzt wie ich dachte ja ähm ja ich würd trotzdem mal versuchen erstmal in jeder ecke irgendwie etwas zu ändern mach hier drinnen gerade was die auch hier platz haben so jetzt mal gucken ich hab schonmal sowas gebaut mit sowas ähm also ich hab mal wenn wir mal versucht so ne badwoss map zu machen ja da würd ich sowas äh habt ihr bock dass wir das ähm aufnehmen wenn wir eine badwoss map bauen dass wir das dann mit äh den äh replay mod aufnehmen so wie wir das gemacht haben mit der insel habt ihr da bock drauf weil ich hab bock das nochmal zu bauen weil es war ne geile map michelle hat äh die welt nicht mehr wo wir die drauf gebaut haben ja leider irgendwie ist die weg ich weiß nicht und ich hatte die auch aber das problem war ich hatte mein windows 7 neu drauf gemacht mal und dann hat alles weg meine ganzen dateien und ich hab die nicht auf die festplatte gezogen auf die interne festplatte gezogen weil ich der meinung war michelle hat das wie tief soll das hier runter geht eigentlich hier unten hä wo das ja wie tief soll das hier runter geht ich möchte gerne den raum hier größer machen also tiefer machen das ist bisschen so nein ja weiß ich nicht ich baue ja grad hier nochmal den weg und das ist echt ne kackarbeit wenn man ja weil du hast hier so ein tiefes loch einfach mittendrin reingebohrt deswegen boah das ist so ne scheiß arbeit und ich fall grad komplett runter geil hast du hier einen stein also das hast du gemacht nur mit den steinen hier kannst du mal versuchen hier oben irgendwie so einen kreis drum zu machen dass ich hier stehen kann statt mit dem wasser die ganze hoch und runter zu schwimmen es ist richtig nervig ich hole noch mehr erde dafür ich kann ja eh hier erstmal du kannst doch steine nehmen nimm irgendwas ey ich hab keine steine deswegen nehm ich erde ich hab nur erde ja dann mach halt mit erde ja ich brauch noch ein paar ich hab zu wenig wahrscheinlich dann für den ganzen kreis ich hab kein bock jedes mal dieses wasser hoch zu schwimmen oh ja guck wie lange ich brauch aber ich bin grad mal vielleicht auf die helft okay schon was höher ja erst wollte ich so ne wolke machen aber hab ich dann doch nicht mehr sind wir doch nicht mehr dann halt unsere meinung ist irgendwie einfacher ja wolke hätte man auch so machen können fast ja komm das hilft nix wenn ich jetzt hier weiter baue das stört noch weil ich inna dran komme so und zack dann kann ich die ganzen Eimer jetzt auch wieder wegnehmen zack ich hasse sowas was machst du? ja tiefer bauen du solltest mir wieder dings machen ja ich hab gesagt ich hole noch erde da ich jetzt hier aber schon dran bin kann ich auch direkt hier die ganze erde weggehauen ey ja wir haben auf jeden fall noch äh ein kleines themaschen also kein thema aber wir wollen mal über was reden was wir vielleicht aufnehmen möchten und zwar ähm haben wir uns gedacht dass wir ich hab das erst gedacht ja was? ich hab was gesagt ja schön ähm wir sowas ähnliches machen wie Masterbilder wie äh Masterbilder ja Masterbilder wie auch immer dass man alles jetzt hier nennen möchte denn wir haben da haben auf jeden fall bock auf sowas wo soll ich den kreis bauen? ja hier unten runter ja mach mal hier Wasser runter dass ich doch da hinkomme erst ja du kommst da nicht dran von hier aus sagst du jetzt schon hab ich mich auch nicht ja klar ich komm mich da hin so wie so und ich versuche mal hier dieses ist schon mal ein boah diese dreckige Fliege hast du noch ne ne Schippe? die ist gleich kaputt reicht die hier? ich hab keine Schippe gib mir mal ja so dass ich bis unten überall rankomme achso dann muss der noch tiefer sein ja komm mal eben kurz hoch dann gib mir mal die Schaufel ich brauch die doch selber jetzt hier für abbauen wofür? du musst doch nur den Weg bauen ich will den Weg hier weg machen von uns und ich hab keine Schaufel erst mal ab boah dann geh ich schon wieder du brauchst mir viel zu lange für alles ja ich muss erst mal auf die Sachen bauen ja das ist wie im echten Leben immer erst das und das noch bevor du irgendwas mal überhaupt machst ja du sagst mir das und dann mach ich das auch erst mal wie scheiße ist das dann hier das Ende wo ist unser Wald bin ich jetzt dumm? ne ich brauch eh noch Essen wir haben eigentlich gar kein Essen mehr so wir haben mittlerweile auch einen Weg den man nutzen kann und zwar hier lang sieht natürlich ohne Schäde halt jetzt blöd aus aber ich ändere den jetzt auch nicht wieder wenn ich mal eben hier hinlaufe auf jeden Fall wollen wir halt sowas machen dass wir halt dann zum Beispiel ihr schreibt uns einen Begriff zum Beispiel baut äh versucht ähm keine Ahnung ich könnte auch ne Geschichte machen sag mal wir haben was weiß ich so ne halbe Stunde zum bauen oder so kommt drauf an oder wir bauen so lange bis wir halt denken dass wir fertig sind ne wir sollten schon mit Zeitleben irgendwie sein ok ja zum Beispiel baut baut zum Beispiel ein Schwimmbad oder sowas dann müssen wir halt zum Beispiel jetzt ein Schwimmbad bauen und dann könnt ihr zum Beispiel dann abstimmen wer gewonnen hat würde ich sagen ähm Effizienz 2 wie sollte erstmal ausreichen oder haben wir da rein ne aber Essen wollte ich noch haben ich glaub ich hatte sogar noch in irgendeinen Ofen Essen reingetan oder auch nicht dann werde ich mir erstmal Brote mitnehmen so also ich denke mal dass wir das auf jeden Fall irgendwie machen werden weil wir haben da irgendwie Bock drauf wir spielen ja auch gerne Master Builders und so äh nur das ist halt manchmal auch blöd weil diese Begriffe die wiederholen sich mittlerweile nur noch außer gestern hatten wir einen Begriff das war Fahrrad ja und natürlich haben wir dann genau in die Distribution halt bekommen aber mein Fahrrad hat man auch gesehen aber wir haben das halt nicht aufgenommen ja bei mir mein Begriff kam leider also mein ähm Fahrrad kam nie aber ich hab das noch mal als Singleplayer was hast du abbauen ich backe hier drauf ich bin noch nicht mal da aber was mach ich denn warum mach ich denn das kutsche und geh dann äh hier hin nein noch nicht abbauen noch nicht abbauen ich bin nicht mal da ich bin jetzt ja nur falls du jetzt da bist er hat noch nicht abbauen mal wieder hochschwungen mit der Nase juckt geil zack so ich brauch dann auf jeden Fall noch meine Spitzhacke so dann werd ich mal versuchen hier so einen John Mountain hinzubekommen der einigermaßen gut aussieht hoffentlich ich hab keine Ahnung obwohl ich brauch ja trotzdem irgendwie noch irgendwie weißes Glas ja sieht auch richtig schön aus zack ja ich nehm nur weißes Glas nur so äh damit ich hier äh die Farben ansetzen kann ich hab ja keine Behutzung kennt mehr da baue das Wasser ab warte ja wie lange soll ich denn warten ich warte doch schon jetzt die ganze Zeit ja du hast zwei Wasserquellen gebaut ist das dein Ernst hä? ja hier sind zwei Wasserquellen keine Ahnung ich aber sooo dann machen wir mal die nächste es darf ja nicht zu schwer sein sonst fallen die Leute hier runter ach was für ach stehe da runter 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 ist halt so da ne wäre jetzt glaub ich nicht so geil doch zack dann wird das ganze Glase kaputt aber YOLO kann man das auf jeden Fall machen? ja geht ne? ja kann man gut hinbekommen gut dann brauchen wir als nächstes die gelbe Farbe brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen weißes Glas was zack so was ich hier baue ey soll das mehrere Eben haben? ne ne bleiben wir was ja das schaut man hier also etwas schwieriger Sprung denk ich mal muss ich einfach mal selber austesten erstmal Glas weg ja der ist machbar so jetzt wird die Wasserquellen weg die stürmen mich hier wenn ich hier rumlaufen ja ich hab gar keinen Eimer hier ich muss erstmal meine Ender Schist zack tun wir eben hier rein damit wo ist da noch eine? ach hier warte noch nicht machen ist schon weg ja geil ist wieder da rechts ne du siehst da meinen Namen ja Moment hier bist du ne? ja hier so dann wollen wir mal weitermachen ich brauch wieder Glas das war ganz Apo ja mach ich jetzt nicht ja geil so dann machen wir was war das für ne Farbe rot dann kommt hier wieder orange dann wieder blau dann nochmal dann lila dun 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 das wird reichen die Höhen hier haben, genau. So, und jetzt die ganze Scheiße abmachen. So. So. Oh Gott. Warum machst das nicht mit Behutsamkeit? Dann haben wir das Glas noch behalten. Ich habe keine Behutsamkeit. Ich aber, warte, bevor du das alles weg machst, ey. Schau, Glas ist teuer. Voll nicht. Doch, hab ich geboren. Gehst einfach nur ins Meer und muss sonst. Ja, aber warum sollen wir das denn machen, wenn wir das von hier haben? Weil ein Glas ist runtergefallen, weil es leckt. Wow. Oh mein Gott. Ja, die Sprung haben gerade noch so geschafft, weil ich nicht gesprintet bin. Ich fände es irgendwie voll witzig, wenn wir so ein... Machen wir jetzt nicht den Boden weg, ey. Nein, doch nur hinter dir den Weg. Es wäre so witzig, wenn wir so ein richtig krasses Jump Run hierhin machen würden. Dass man so gar nicht das schaffen kann. Nur so wir. Ein Scherz. Sei ein bisschen bescheuert. Wollen die heute so unbedingt unsere Insta angucken schaffen, das Jump Run einfach überhaupt nicht. Das war doch witzig. Naja, nicht wirklich. Klar. Ja, du bist so witzig, ne? Was denn? Das sind ja nicht mehr viele. Ja, hier kommt ja unten. Ja, spring mal hoch. So. Jetzt einmal testen, ob das doch komplett möglich ist. Sieht das gut aus überhaupt? Ja, kann man lassen, ne? Das ist halt so wie hinten der Regenbogen. Da ist ein Sprung, glaub ich, oder der war schon, glaub ich? Der war etwas schwieriger. Der, äh, Dreiersprung da, ne? Ich würde den hier wechseln lassen sogar schon, den blauen hier. So. Okay, schaffbar. Ja, ach. Ja, gut. 19 Glas haben wir davon dann noch. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich guck mal. 14 Minuten, ja, ich würd' mal sagen. In der Folge haben wir diesen wunderschönen Weg hier gebaut. Mal eben so machen, damit ich... Ja, guck mal. Warte, lass mal rüberlaufen und guck dir mal die Spirale an, die ich unten gemacht habe. Dann muss ja irgendwie überall drankommen, deswegen hab ich die... Und wenn ich jetzt runterfalle, ne? Ist ja so scheiße. So. Ja, sieht cool aus mit... Ich würd' das sogar so lassen, dass man das so mit Glas auch noch macht, dass man da runter noch gehen kann. Das sieht aus, als ob das so schwebt, weißt du, wie so ein Tornado. Das soll aber eigentlich so aussehen, als wenn das so rausgerissene Erde wäre. Oder wir machen da so Spinnennetzel und dann sieht das aus, als ob das so Funken wären. Oder wir machen es halt aus Glas. Mal gucken. Ja, wenn wir sehen. Wenn wir sehen. Genau, bis dann. Tschüss. Ciao.